Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch, ein dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann, der schon lange her den Hosenträger hat erfunden. Früher war das so ne Schose, nur am Riemen in die Hose. Heute wendet jedermann Neumanns Hosenträger an. Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch, ein dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann, der schon lange her den Autoreifen hat erfunden. Früher blieb man auf der Strecke, Gummi gab's für andere Zwecke. Heute wendet jedermann Neumanns Autoreifen an. Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch, ein dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann, der schon lange her den Liegesitz im Auto hat erfunden. Früher musste ein Sitz genügen, heute kann man auch drin liegen. Darum wendet jedermann Neumanns Liegesitze an. Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch, ein dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann, der schon lange her die Handgranate hat erfunden. Früher musste man sich plagen, neben Buhler wegzujagen. Heute wendet jedermann Neumanns Handgranate an. Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch, ein dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann, der schon lange her den Kleiderhaken hat erfunden. Früher hingen die Gewänder einfach lose auf dem Ständer. Heute wendet jedermann Neumanns Kleiderhaken an. Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch, ein dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann, Neumanns Kleiderhaken, der schon lange her das Flötenspielen hat erfunden. Früher konnte man in Maßen zwar schon Tuten und auch Blasen, heute wendet jedermann Neumanns Flötentechnik an.